Wir sind mit zwei Räuberinnen angestellt, stehen in der Nähe des eigenen Turmauses, am Anstoß SU Dolly, die Kreide von SU Dolly, schon als Anwalt und muss natürlich dann von außen in welcher Richtung dann wieder vorab gehen will, erst mal für diese Einlesung, das sieht sehr stark aus, was Leute haben, in der Fall sprich und eventuell hat der Roma schon das Vorhaben eingelortet, also es ist ja so, dass in der E-Mail-Universität, die Roma einfach ausprobieren, selbstständig spielen müssen, deswegen, also nicht von außen werden nicht mehr beeinflusst werden, sondern die Roma dann bekommen eine Software, die die Roma dann schiebe, dann zum vier Beginn des Staates und dann gehen die Roma auf der E-Mail-Universität, die Roma passieren, ist hier eine Erkreidung und machen nochmal eben auch etwas, was man erwarten oder auch, und deswegen geht auch hier eben dabei raus, gerade wurde wieder reingelegt von den Fischensrichtern und geteilt, wurde rausgegangen vom SU Dolly und dann kommt noch mal, da kommt die Roma auf der E-Mail-Universität, dann sagt der Roma, da sind die Roma auf der E-Mail-Universität, dann sind da kalt, äh, 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 mit der kalten Munition gegangen, und, äh, kann dann man nach Neustadt und bringt nochmal wieder super neu anfangen. Jetzt also die E-Mail-Universität am Ball, auch hier, das Problem, haben wir hier, Robert mal draußen, der scheint auf jeden Fall ein bisschen zu drehen, das ist ein bisschen schwierig, das ist ja ein Kamerabell zu tun, die Robert haben, äh, auch wenn, da ist Hauptinformation, das ist, äh, dann nehmen wir jetzt hier ein 2D-Kamera-Bell, und, äh, die weißen, äh, die weißen, äh, äh, also weißen, äh, Rollsacken an den Kleinkornen, da haben sie gar nicht einfach ausführlich, und für die Robert haben, äh, diese Situation war eindeutig, zu erkennen, im Moment nennen wir hier ein Robert, das war die 1D-Kamera-Bell, die auch zu mehr in Richtung verzeigen, so muss man sich eben nicht so gut mit dem Schleckerer gemerkt, dass er da in den Fall hat und das war richtig, aber auch immer noch der Fall, der ist der Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020